Huka 1-1 kann auch flach und flott. Genau das beweist der Clayton. Der leichte und dynamische Schuh überzeugt mit seiner Vielseitigkeit, seiner Unterstützung und seiner komfortablen Dämpfung. Im Obermaterial überzeugt er mit seiner Passform. Während die Ferse und der Mittelfuß sicher im Schuh gehalten werden, hat der Vorfuß genügend Platz, um die Bewegung mit zu beeinflussen. Herzstück des Schuhs ist sicher die Zwischensohle, die mit Dämpfung, Flexibilität und Dynamik punkten kann. Man merkt dem Schuh an, dass er sich besonders bei flotterem Tempo so richtig wohl fühlt. Die Konstruktion der Zwischensohle, sie ähnelt einem Rahmen, bietet Unterstützung und gleichzeitig sorgt der Schuh für eine geschmeidige Abrollbewegung. Gewicht spart Huka 1-1 auch mit dem Einsatz seiner leichtgewichtigen Außensohle, auf die auf Schritt und Trittverlass ist. Mit ihrer Abriebfestigkeit und ihrem Grip rundet sie die Ausstattung des Clayton sinnvoll ab. Wenn dich der neutrale Huka 1-1 Clayton auf deinen Laufrunden begleiten soll, dann hol ihn dir in deiner Runners Point Filiale oder bestell ihn online auf runnerspoint.com.